Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Informationsvideo heute vom PC aus in The Forest ja The Forest, nicht The Forest geht man vielleicht sehen, dann habe ich jetzt einen PC ja ich habe jetzt einen PC gekauft einen netten kleinen Gaming Laptop da ich Laptops einfach mehr mag als PCs, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin es ist ein Hand wow 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 Sekunde mal Klauf das Ding so ich möchte ja eigentlich ganz friedlich bleiben aber was nicht geht geht nicht ich will hier nur ein Informationsvideo machen also kommt mir nicht zu nahe okay so die Qualität ist jetzt müsste auch ziemlich gut sein also wie es im Spiel halt auch ist die Wiesen und so sind auch im Spiel so ein bisschen verpackt also die Grafik davon das ist also ganz normal also nicht wundern wenn es jetzt ein bisschen komisch aussieht an sich ist die Grafik also die Qualität genauso gut wie vom Spiel als es wird dann genauso übernommen da hinten fliegt ein bisschen was rum ich nehme mit OBS auf mit ich glaube sogar 8 Millionen KB oder so also ich habe am Ende eine ziemlich große Datei obwohl ja bei dem eigentlich gar eine große Datei rauskommt ich hoffe ich komme mir jetzt nicht zu nein so dann renne ich mal ein bisschen weg und ich würde nur sagen demnächst kommen auf jeden Fall mehr Videos davon vielleicht kommt noch ein Let's Play mit einem Kollegen und allem möglichen und ARK wird auch noch guck mal bei ARK habe ich ein paar Schwierigkeiten ich hätte jetzt eigentlich ein ARK aufnehmen wollen aber ARK hat mich nicht so gelassen wie ich es gerne hätte muss ich jetzt was essen ja ihr seht schon ich bin jetzt ein bisschen hier im Spiel drin ich wollte eigentlich ein Informationsvideo machen aber das ist wegen diesen ganzen also das sieht schon geil aus diese Grafik hier ich hoffe das ist schon wieder nach ja müsste im Video genauso sein weil ich bin ja noch PS4 gewohnt und die neue Grafik ist noch nicht wirklich was für mich also da muss man sich erst dran gewöhnen sieht auch ziemlich schön aus hier weil ich noch ein bisschen ja ich spiele im Übrigen mit allem auf High hier noch nicht ganz auf High aber das macht auch keinen Unterschied an der Grafik das war gerade eben High es ist wieder auf ja gut das kann man irgendwie nicht beides auf High vertragen sie nicht Very Far Medium kann ich mal auf Ultra machen okay die Sachen vertragen sich eigentlich miteinander also man muss aber ich glaube einfach mal auf High und dann stehe ich alles so ein wie es geht ich kann natürlich jetzt mit allem auf Ultra spielen und allem möglichen aber ja wenn es sich nicht verträgt dann doch ein bisschen blöd unter Wasser naja sieht man jetzt recht wenig aber ich würde sagen mit diesem Bild hier beende ich dann dieses Informationsvideo vielleicht auf einen bald mal ein paar Folgen mit dem Klassenkamerad dem holt sich auch bald einen PC und dann geht es richtig los auf dem PC um spielen da L.A.S. und alles mögliche und naja noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video Tschüss Tch 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 tch